Es läuft gar nicht rund in der Automobilbranche. Buffett verkauft seine BYD-Anteile, Tesla verliert in der Spitze 74% des Marktwertes, fortstreicht 2300 Stellen. Und was machen die deutschen Autobauer? Haben die den Anschluss an die Weltspitze verloren? Ein unglaublich spannendes Umfeld mit ganz vielen Fragezeichen. Es wird also wirklich allerhöchste Zeit für einen Aktiencheck. Wir nehmen uns heute mal die Volkswagen unter die Lupe. Bleibt bitte dran. Ja, bei mir und meinem Kanal gibt es nur Informationen, keine Anlagenempfehlung. Bei mir kommt keine einzige Aktie jemals ins Depot, ohne dass ein ausführlicher Aktiencheck durchgeführt wird an der Aktie. Und ein elementarer Anteil an diesem Aktiencheck nimmt diese Schmerzkurve in Anspruch. Wir können den Aktienkurs einer Aktie nicht bestimmen. Wir können aber sehr wohl bestimmen, wie wir auf den Aktienkurs reagieren. Und die Schmerzkurve der Volkswagen AG, da sieht man schon, der ist wirklich von Schmerzen geprägt. Also der, der seit 10 Jahren, das ist eine 10-Jahres-Übersicht, seit 10 Jahren in diese Aktie investiert ist, der weiß, was es heißt, Schmerzen bei einer Aktie erleiden zu müssen. Aber zu dieser Schmerzkurve kommen wir später. Der Aktiencheck. Wir haben ungefähr 10.000 Aktien auf der Welt. Wenn man so 10 Aktien in seinem Depot haben will, dann sucht man die eine einzige Aktie von 1.000. So, wenn man sich hier das 10-Jahres-Chart von der Volkswagen-Vorzugsaktie anschaut, dann muss man natürlich ganz relativ schnell, kommt man da zu dem Ergebnis, dass man sagt, diese Aktie brauche ich nicht in meinem Depot. Und diese Aktie ist bestimmt nicht die eine von 1.000 Aktien. die ich als Langfrist-Anleger in meinem Depot haben möchte. Das ist also wirklich ein Katastrophenschart. Es geht steil hoch, es geht steil runter. Also ein ganz, ganz, ganz schlechter Verlauf in den letzten 10 Jahren. Ich schaue mir dann mal kurz die Basisdaten einer Firma an. Ich will ja ungefähr wissen, um welche Firma es geht, wie viele Umsätze gemacht werden. Also die VW gibt es seit 1937. Sie macht eine Marktkapitalisierung von 77 Milliarden Euro. Erzielt einen Umsatz von 250 Milliarden, aus dem sie ein Ergebnis von 14,8 Milliarden erzielt. Das ist eine Umsatzrendite von 5,9 Prozent. Das ist okay. Dass VW einer der größten Arbeitgeber in Deutschland ist, mit 672.000 Mitarbeitern, das ist eine Erwähnung wert. Also die VW gibt vielen Menschen hier in Deutschland täglich Arbeit und täglich Brot. Dann kommt die zweite Prüfung, die ich mache. Ich will immer wissen, wie eine Aktie in Krisen reagiert. In guten Zeiten ist das relativ einfach. Da steigen die meisten Aktien. Aber es gibt auch Aktien, die reagieren auf interne, manche auch auf externe Ereignisse überproportional. Und bei der VW-Aktie kann man zwei große Einbrüche sehen. Das ist einmal 2015, das war der Abgasskandal, der Dieselskandal, eine Tragödie. Also was da die VW gemacht hat, also die Kunden zu täuschen, das geht eigentlich gar nicht. Und der zweite Einbruch kam dann im Jahr 2020 mit der Corona-Krise. Was hat die Aktie gemacht in den letzten zehn Jahren? Sie hat es geschafft, in den letzten zehn Jahren gar nichts zu machen. Das heißt, dieses Hoch und Runter, diese Achterbahnfahrt führt letztendlich zu dem Ergebnis, dass die Aktie nur acht Prozent Gewinn in zehn Jahren gemacht hat. Also gar nichts. So, und das entspricht einer jährlichen Rendite von 0,8 Prozent. Also auch das sind wirklich keine guten Zahlen. Die Fundamentaldaten, die sind eigentlich okay. Das heißt, VW hatte natürlich einen Umsatzeinbruch im Jahr 2015 mit der Abgasaffäre. Man hat aber trotzdem 213 Milliarden Euro Umsatz erzielt. Im Jahr 2021 waren es 250 Milliarden. Die Ergebnisse sind auch, okay, wir haben ja gehört, eine Umsatzrendite zwischen fünf und sechs Prozent. Das ist okay. Im Jahr 2015 natürlich ein Verlust von 1,5 Milliarden Euro, aber im Jahr 2021 ein Gewinn von 14,8 Milliarden Euro. Also die Fundamentaldaten sind stabil. So, jetzt zu meiner Schmerzkurve. Es ist unglaublich leicht, sich einen Chart anzuschauen, weil dieser Chart sagt dir in der Regel nichts. Wie schmerzhaft Einbrüche sind, das siehst du in dem Chart gar nicht. Also die Abgasaffäre, der Abgasskandal im Jahr 2015 hat die Aktie um 63 Prozent in den Keller gerissen. Das heißt, warst du in der Aktie investiert im Jahre 2015, hast du einen Kurseinbruch von 63 Prozent erleiden müssen. Das ist schon ganz schön viel. In der Corona-Krise genau das Gleiche. Klar, viele Firmen waren davon betroffen, aber auch der deutsche Autobauer VW. 50 Prozent ist der Kurs in die Knie gegangen. Und was ich ganz erstaunlich finde, ich habe keine wirkliche Erklärung dafür gefunden. Das heißt, die Volkswagen-Aktie hat seit 2021 wieder 45 Prozent an Wert verloren. Das heißt, wenn du seit zehn Jahren in dieser Aktie bist, hast du dreimal Kurseinbrüche von ungefähr 50 Prozent durchleiden müssen. Also das sind Schmerzen, die musst du bei der VW aushalten, wenn du sagst, ich möchte die VW im Depot haben. Also Einflussnahme auf den Kurs haben wir nicht. Aber wir wissen jetzt, wer die Aktie will, muss 50 Prozent Kurseinbrüche zumindest einplanen. So, und das ist ein Chart, das mag ich unheimlich gerne. Also oben der Kursverlauf, der täuscht. Der Kursverlauf zeigt nie, wie dramatisch so ein Kurs sein kann. Und, naja, der untere Teil, das ist dann die Schmerzkurve, das ist so eine Art Übersetzungsprogramm. Ich mag das unheimlich gerne. Der zeigt mir nämlich genau, dieser Einbruch, den man vielleicht mal, oder Corona-Krise, dass man sagt, ja, es geht mal kurz runter, aber danach geht es ja steil wieder hoch. Ja, aber dass dieses kurz runter einem Drawdown von 50 Prozent entspricht, das sagt dir das Chart nicht. Also das ist so eine Art Übersetzungsprogramm für das, was man in diesem oberen Chart nicht sieht. Ja, bei der Volkswagen-Aktie von einem Trend zu sprechen, das ist, naja, eigentlich die falsche Überschrift. Das ist eine Achterbahn. Das ist hoch und das ist runter. Und ihr wisst ja, eine Aktie, die 50 Prozent verliert, das hat die VW ja dreimal gemacht, die muss 100 Prozent wieder steigen, bis sie wieder auf alte Höhen kommt. Das heißt, es ist ja nicht immer nur der Kurseinbruch, der einem den Umgang mit dieser Aktie schwer macht. Es ist auch schwer, danach Kursanstiege von 100 Prozent wieder zu verkraften, um dann wieder Gewinne wieder abzugeben. Also die Volkswagen-Aktie, das ist kein Trend, das ist eine Achterbahnfahrt. Und ich habe mir alle 40 DAX-Unternehmen angeschaut. Es gibt vielleicht noch die BASF, die verläuft auch relativ Achterbahnmäßig. Aber die Volkswagen-Aktie ist in dem Reigen der DAX-Konzerne schon die Aktie, die die größten Schwankungen aufweist. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, okay, das ist gut zu wissen, wie die Aktie läuft, wie man auf die Aktie reagieren muss. Aber was machen wir denn jetzt? Das ist ja die Frage, die uns alle umtreibt. Wir wollen ja Geld verdienen. Kann man mit der Volkswagen-Aktie Geld verdienen? Ja, in der Vergangenheit eindeutig nein. Wie sieht es jetzt in der Zukunft aus? So, und dann hole ich mir diesen Ausschnitt von einem Jahr, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. So, also das ist jetzt hier dieser Jahresausschnitt. Und ja, mit euch darüber zu diskutieren, in welcher Phase wir hier sind, das macht keinen Sinn. Weil ich weiß, ein Drittel wird sagen, hier, wir sind doch ganz klar in einem Aufwärtstrend, also auf der Sicht von einem Jahr. Das zweite Drittel wird hingehen und sagen, nee, wir haben hier einen ganz klaren Korridor. Die Aktie bewegt sich in einem Korridor, wird also ausbrechen. Und ich gehöre zu dem letzten Drittel. Ich mache es ganz einfach, die Aktie läuft von oben links nach unten rechts. Das ist für mich ein Abwärtstrend. So, und der Abwärtstrend bedeutet, dass die VW-Aktie in den letzten zwölf Monaten 14,4 Prozent verloren hat. Um aber trotzdem eine Antwort darauf zu finden, was denn jetzt gemacht werden soll, habe ich das für euch vorbereitet. Also ich mag dieses Ein-Jahres-Chart sehr gerne, weil es zeigt mir die Chancen nach oben und auch die Risiken nach unten. Wir sind ja heute hier. Das heißt, die Chancen, auf das alte Jahres hochzukommen, liegen bei einem Kurspotenzial von 20 Prozent. Die Risiken, auf das Jahrestief zu kommen, liegen bei 21 Prozent. Also wie alles bei der Volkswagen, entweder sind Daten schlecht oder sie sind mit ganz großen Fragezeichen versehen. Also auch hier die Überschrift Rallye oder Krise. Ich kann es euch nicht sagen. Ich hätte persönlich eine Tendenz, da hier die Trendindikatoren aufsteigend sind, würde ich persönlich glauben, dass die Chancen nach oben etwas höher sind als die Risiken nach unten. Aber wir sind hier im Mittelfeld, das ist alles Spekulation. Du musst damit rechnen, dass die Aktie relativ schnell 20 Prozent steigen kann. Du musst aber genauso damit rechnen, dass sie vielleicht nochmal diese Tiefs anläuft. Es gibt also wirklich von mir keine klare Antwort darauf, was die nächsten, naja, ich sag mal sechs Monate bringen. Die Bewertung ist ähnlich wie der Kursverlauf. Es geht hoch und runter. Das KGV mit 4,3 finde ich jetzt sehr günstig. Also normales KGV bei DAX-Konzernen, bei Dow Jones-Konzernen liegt irgendwo zwischen 15 und 20. Also je nachdem, in welcher Marktphase man sich befindet. Also ein KGV von 4,3 ist günstig. Ist es denn aber auch günstig, wenn die Wachstumsraten nur 2,4 Prozent sind? Da sage ich, nee, das KGV ist teuer. Bei einer Wachstumsrate von 2,4 Prozent ist ein KGV von 4,3 teuer. So, dann kommt noch die Dividendenrendite dazu. Die ist natürlich extrem hoch. Die ist 5,8 Prozent. Also das ist schon eine Hausnummer. Also jemand, der auf Dividenden spekuliert, der sich Dividenden-Aristrokaten in sein Depot nehmen will, der könnte angelockt werden von dieser Dividendenrendite von 5,8 Prozent. Aber man muss wissen, dass man sich enorme Kursschwankungen einkauft. Ja, jetzt haben wir viel Schlechtes über die Volkswagen erfahren. Gibt es denn auch einen deutschen Autobauer, von dem man was Gutes erzählen kann? Und da habe ich mir die Mercedes-Benz Group ausgesucht. Eine Ergänzung noch, bevor ich das vergesse. Wenn ich die Porsche-Aktie über die Volkswagen-Aktie lege, das ist fast deckungsgleich. Also die Volkswagen-Aktie ist genauso gelaufen wie die Porsche-Aktie. Aber jetzt nochmal zurück zur Mercedes-Benz. Das hier in weiß ist die Performance von Mercedes-Benz. Diese grün-graue Linie ist die von Volkswagen. Man sieht, oder die Volkswagen hat ja acht Prozent in zehn Jahren gemacht, also gar nichts. Aber die Mercedes-Benz hat eine Performance von über 200 Prozent erzielt. Wir sehen auch, dass die Mercedes-Benz nun nicht gerade von unten links nach rechts oben läuft. Also da sind auch viele Höhen und Tiefen mit dabei. Aber die Schmerzen, die man da erleidet hat, die versüßt man uns mit einem Schmerzensgeld von über 200 Prozent Kursperformance in zehn Jahren. Das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich eine wackelige Aktie habe, die mich wirklich Nerven kostet, die mich aber beschenkt mit 200 Prozent Performance. Oder ob ich eine VW-Aktie habe, die mich den letzten Nerv kostet und mir nach zehn Jahren gar nichts anbietet. Und das hier ist der Chart, wo ich also die Daimler-Benz mit der Volkswagen-Aktie ins Verhältnis setze. Und man sieht, dass die Volkswagen-Aktie im Vergleich zu Mercedes seit zehn Jahren ein Underperformer ist. Also das ist keine Zufallserscheinung. Das ist wirklich Stabilität. Sie läuft deutlich schlechter als die Mercedes. All diese Charts, all diese Auswertungen, die ihr gesehen habt, die habe ich selber erstellt. Die gibt es nicht zu kaufen. Die gibt es auch auf keinem anderen Kanal. Die gibt es nur hier. Wenn euch diese Auswertung gefallen, bitte einen Daumen geben, ein Abo geben, weiterempfehlen. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, was euch besonders gut, was euch vielleicht nicht gefällt. Den Abschluss des Aktienchecks ist relativ einfach. Das hat bei Sekunde eins angefangen und hört jetzt auf. Als langfristige Aktienanlage ist die Volkswagen in meinen Augen nicht geeignet. Ohne einen ausführlichen Aktiencheck, wie ihr ihn gerade gesehen habt, kommt bei mir keine Aktie ins Depot. Die Volkswagen hat den Eignungstest nicht bestanden. Ob die VW aber zu euch und eurem Depot passt, das müsst ihr immer selber für euch entscheiden. Börse ist spannend. Es gibt jeden Tag Neuigkeiten. Bis zum nächsten Aktienplausch am wahrscheinlich Mittwoch. Okay, eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.